Hi, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich meine letzte Challenge Time mit Supermarket Whisky unter 10 Euro. Kentucky Bourbon Supermarket Whisky unter 10 Euro. Ich habe zum Beispiel Penny Ranchwood, hat immer bisher nicht ganz so gut abgeschnitten. Weder pur noch mit Kohle noch mit Ginger Ale. Henry Mason war manchmal gut, manchmal schlecht, je nachdem womit. Und das war echt eine Überraschung. Penny Packer war fast immer gut, entweder Platz 1, Platz 1 oder Platz 3. Heute mit Bitter Lemon bin ich auch erstaunt und überrascht und echt gespannt, was sein wird. Kentucky Highway, manchmal gut, manchmal schlecht. Auch das hängt davon ab, ob man es pur trinkt oder mit Kohle oder mit Ginger Ale oder mit Bitter Lemon wie heute. Ich habe ein Sample vom Aldi Clarks Bourbon Sour Mash. Bisher war das immer schlecht, bis auf einmal, wo es tatsächlich Platz 3 erreicht hat. Und ich habe auch Western Gold Bourbon, was immer Platz 2 belegt hatte bei pur und mit Kohle. Allerdings mit Ginger Ale war das nicht so gut. Heute haben wir Schweppes Original Bitter Lemon. Ich habe noch nie Whisky mit Bitter Lemon gehabt. Was ich nehme ist immer 8CL Bitter Lemon und 2CL Bourbon. So, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich habe keine Ahnung, was sich hinter diese Zahlen oder diesen Buchstaben bewegen oder bergen. Denn hinter dieser Etiketten ist noch eine Etikette. Und darauf steht eine Nummer. Und anhand von dieser Nummer kann ich auf meine Liste schauen, was denn was ist. Was ich tun werde ist, ich werde einfach mal erstmal riechen, was mir halbwegs gut schmeckt oder gut riecht. Ich habe noch nie, und das bekenne ich zu meiner Schande, auch wie zu meiner Unwissenheit, Bourbon mit Bitter Lemon gehabt. Das ist hier eine Primäre direkt vor der Kamera. Ich hätte nie auf die Idee, wäre ich nie auf die Idee gekommen, ohne denn da tatsächlich auf eine von diesen Flaschen von einem Supermarkt Whisky diese Idee. Du kannst ihn auch mixen mit Kohle oder auch mit Bitter Lemon. Und deshalb tue ich das hier. Und normalerweise teste ich Bourbons, Canadian Rye, Canadian Whisky und auch Irish Whisky. Und da habe ich einfach 350 plus Videos schon gedreht. Und ich möchte einfach mal eine Art, wer meine Videos noch nicht kennt, eine Art Wikipedia für Whisky herstellen. Das heißt, du kannst einfach eintippen und sofort kriegst ein Video, egal was es ist. Ich fange mit American Whisky an. Also Bourbon, Rye, Blends, alles was es da so gibt. Single Malt, ob es von Westland oder sonst was ist. Ich gehe weiter Richtung Kanada. Da habe ich noch ungefähr 20, 30 Videos vor mir. Ich gehe Richtung Ireland. Da habe ich noch ungefähr 100 Whiskys, die ich noch probieren werde. Ich gehe Richtung Japan. Da habe ich auch um die 100. Ich gehe nach Schweden. Da habe ich nochmal 80. Ich gehe dann nach Europa. Das ist Italien. Das ist Schweiz. Das ist Österreich. Das ist weiß was ich wo. Die teste ich auch alle, bis ich endlich 2018 wahrscheinlich erst Sommer ankomme, um da Scotch Whisky zu probieren. Das werde ich ein Jahr lang mindestens probieren. 250 verschiedene Dinge habe ich schon vorbereitet. Samples wie auch Großflaschen. Und da freue ich mich. So, ich möchte einfach mal jetzt hier riechen, wie Bourbon mit Kentucky Bourbon 40% sich einfach mal verhält mit Bitter Lemon. Neu für mich. Das ist nicht unbedingt meine Welt. Also A zumindestens nicht. B riecht besser, aber irgendwie ist das diese Süße des Bourbons mit dem Bitteren des Bitter Lemons, die kriegen sich. Eine C. Das ist nett. Keine Ahnung warum. Aber da kommt dieser Bitter Lemons durch. Unterstützt für meine süße, alkoholische, nette Sache. Also das fand ich richtig gut. D. Uh, das beißt sich. Das ist nicht ganz so meine Welt. Besser. A. Also der kommt auf Platz 3. Also ich rieche immer. Danach schmecke ich. Und ich habe keine Ahnung, wie das genau schmecken soll. Also das war auch relativ gut. Also ihr seht hier auf der rechten und auf der linken Seite, was sich hinter jeder Buchstabe verbirgt. Ich weiß das noch nicht. Ich habe diese Bilder erst eingefügt beim Editing, beim Schneiden dieser Videos. Ich habe schon gestern Ginger Ale gemacht. Vorgestern Coca-Cola. Vorvorgestern. Und das ist meine letzte Videos zu dieser Themereihe. Supermarket Kentucky Bourbon 40% unter 10 Euro. Alles hier kriegt ihr unter 10 Euro. 9,99 Euro hat mein Pennypacker gekostet. Sonst bewegte sich alles zwischen 9 und 7 Euro. Und das ist schon erstaunlich. Ich probiere mal einfach von oben nach unten. Ich probiere erst einmal C. Also Bitterlemon plus irgendein Bourbon aus Kentucky mit 40%. Nicht meins. Wow. Da kämpft sich diese Süße mit dem Bitteren absolut nicht meins. Besser. Diese Bittere von Bitterlemon kommt da rein. Da kommt ein bisschen Süße von dem Bourbon dazu. Ein kleines bisschen Alkohol. Das ist nicht schlecht. Keine Ahnung was F ist. Ihr seht das. Ich nicht. Aber wenn ich jemals auf die dämliche Idee kenne. Entschuldigung. Ich trinke mein Bourbon immer pur. Also neat. Also kein Eis. Kein Wasser. Es sei denn. Es ist fast stärker. Also fast stärker für mich. Bedeutet alles über 50%. Da kommt Wasser dazu. Also der perfekte Bourbon stärker ist 46%. Also manchmal 48%. Aber das ist so irgendwie diese perfekt. Das alles hier ist 40%. Und das vermischt. Naja. So. Wir haben jetzt hier B. B schmeckt eindeutig besser als C. Das schmeckt genau wie auch Bitterlemon sein sollte. Mit einer netten, süßen, alkoholischen Unterstützung. So. Cracker Time. Wer schon meine Videos schon vorher gesehen hat. Man muss irgendwie seine Geschmacksnerven neutralisieren. Ritz-Crackern. Wenn wir schon so Marken heute nennen. Plus auch ein bisschen Wasser dazu. Hilft schon das Ding. Mein Mund wieder neutral zu machen. Ich merke dennoch, dass diese Bitterstoffe von den Bitterlemon weiter in meinem Mund bleibt. Und dieser Alkohol einfach verschwindet da drin. So. So. A. Auch wesentlich besser als dieses C. Keine Ahnung, was C ist. Ich tippe mal auf Aldi. Diese Clarks. Der schneidet meistens schlecht ab. Hm. Ich würde sagen sogar, der ist ein bisschen besser als B. Aber bin ich noch nicht sicher. Da muss ich die gegeneinander mal dieses kämpfen lassen. Also A. Besser als C. Ich habe eine Vermutung. Meine Vermutung ist, dass A ist meine Pennypacker. Denn der ist extrem süß. Richtig, richtig süß. Aber das mit Bitterlemon süß ist da irgendwie ein Widerspruch an sich. Und zum Schluss D. Besser als C. Aber nicht ganz so nach oben. So. Ich muss noch einmal ein Cracker Time einlegen. Sorry. Bisher hatte ich fast immer eine große Spalte. Eine große Abstand zwischen den untersten drei und die obersten drei. Das kann ich heute nicht sagen. Ich kann sagen, dass die drei halbwegs gut schmecken. Halbwegs. Das ist irgendwie nicht. Die beiden waren richtig, richtig gut. Und da bin ich echt gespannt. Einen Moment. Meine Lösungen sind hier unten. Würde ich noch nicht anschauen. Die habe ich sowieso auf dem Kopf. Und da bin ich wirklich hier zu sehen, was das ist. Also ich fange unten an. C hat mir nicht geschmeckt. Na, immer noch nicht. D. Ah, ich war zu hart. C ist tatsächlich besser als D. A. Ach, ich war echt zu hart. Er darf nicht die ganze Zeit nach oben wandeln. Irgendwas war da am Anfang, was mich gestört hat. B. C. Ah. ich muss echt aufpassen hier irgendwo ich habe gesagt ich glaube das war das saver mein pennypacker und das war das problem mit dem süße mit dem bitter lemon aber jetzt in diesem moment ergänzen sie sich vielleicht hängt das mit dem salz von meinem ritz cracker zusammen vielleicht hängt mit dem wasser zusammen ich weiß es nicht ich glaube er hat endlich sein gegnern seine ja also c schmeckt hat es schmeckt tatsächlich besser als c meine etiketten fallen ab sorry also der schmeckte vom anfang an am besten da da frage ich mich echt was das ist ich mache einfach einen tipp darauf dass es liedle ist aber ich kann mich absolut hier verehren ok auflösung die ist nummer ist lidl also von wegen also leute lidl whisky bourbon schmeckt gut pur lidl schmeckt halbwegs gut auch mit kohle aber wer man tut ihn zusammen mit ginger ale oder auch mit bitter lemon das beißt sich interessant hätte ich echt nicht gedacht man lernt immer dazu also a ist hier die pennypacker auch guten ich glaube ich habe auch das so keine ahnung interessant mit bitter lemon diese süße diese superschöne pure whisky ist nicht mit bitter lemon bitter lemon kam kompetabel so b ist für mich heute die ist aldi ich glaube all die war immer hier unten einmal halb all die platz drei gehabt meistens platz vier meistens platz fünf also ich kann immer noch nur sagen finger weg vom aldi bourbon das zeug da kriegt man besseres die c ist heute penny penny hat endlich geschafft auf platz drei interessant denn bisher war immer penny platz fünf also irgendwas macht er mit an den bitter lemon gerade durch diese bitter diese tannin die da drin sind vielleicht ergänzt sich das halbwegs keine ahnung also eigentlich sollte ich die flaschen da oben holen aber heute habe ich keine lust dazu ist heute die henry mason ich tue das doch jetzt hier langsam also henry mason platz zwei finde ich echt interessant und zum platz eins muss dann sein das ist jetzt hier kentucky highland kauf land und sky also das ist wirklich interessant ich hätte es nicht gedacht also so noch mal wir haben hier penny packer platz fünf und denn ranch wurde hat das geschafft auf platz drei endlich okay gut 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 so was halten wir fest kentucky high way american whisky hat fast immer gut abgeschlossen also platz eins platz drei platz vier bis auf den pur der trinkt sich nicht pur aber lässt sich absolut guten mischen denn henry mason lässt sich absolut guten mischen bis auf und da muss ich mein gedächtnis noch mal zurückkramen war das mit kohle oder war es mit ginger ale bitte die videos von gestern oder vorgestern noch mal anschauen ranchwood genau wie aldi ne hier ist lidl hier ist aldi entschuldigung am besten die finger weg es muss nicht sein lidl schmeckt gut mit kohle und pur aber nicht mit bitter lemon und auch nicht mit ginger ale und penny packer schmeckt gut pur und mit kohle auch nicht mit ginger ale und mit penny und mit bitter lemon also die beiden also penny packer und lidl sind sehr sehr gut alleine und mit kohle aber nicht hier mit diese hellen getränke also irgendwie das was gut ist mit bitter lemon und mit ginger ale ist nicht gut mit kohle nicht gut pur also ich bin hier absolut am rätseln was man empfehlen kann aber was immer halbwegs gut abgeschnitten hat war tatsächlich der kentucky highland das fand ich echt einfach gut was meistens nicht gut abgeschnitten hat ranchwood und auch aldi war immer mittelfeld beziehungsweise ganz unten also finger weg davon würde ich sagen von penny und vom aldi und alles andere je nachdem so whisky jason hier whisky aus der sicht eines amerikaners heute fühle ich mich ein kleines bisschen verwirrt denn ich habe noch nicht noch nie hier bitter lemon bitter lemon mit whisky getrunken das war ein primärer und auch die ergebnisse davon fand ich überraschend verwirrend so leiten abonnieren weitererzählen unten schauen da gibt es ein sample liste und eine letzte sache was die gelte vier tagen nicht erwähnt habe ist es gibt die möglichkeit hier ein amazon link unten anzuklicken stell mal vor du möchtest in der nächste woche irgendetwas bei amazon kaufen klick auf diese link kauf es ein egal was es muss nicht bourbon sein es muss nicht whisky sein es kann von mir aus eine heckenschere sein eine rasenmäher ein kosmetik sein oder bier sein egal was ich kriege ein kleines prozent davon wenn du diese link anklickst und da bleibst bei amazon was anders kaufst denn ich bin damit deine empfehlung und das kann mir helfen hier auch verschiedene neue whisky zu kaufen und zum schluss gibt es auch noch meine sample liste wenn du da unten drauf klickst gibt es 120 verschiedene offene flaschen die ich hier habe und da könnt ihr auch dann 10 cl flaschen bekommen 5 cl flaschen oder auch einfach mal 3 cl finde ich nicht immer ganz toll weil es mehr arbeit ist als dann das geld was ich damit verdiene denn ich bin in den cent bereich denn ich verkaufe das zum selbst kostenpreis aber vielleicht möchtest du etwas probieren bevor du eine groß flasche davon kaufst dafür sind samples super schön da vielen vielen dank bis morgen und da werde ich ganz was anders tun garantiert keine supermarket bourbon mehr und ich freue mich darauf wieder zurückzukommen zu meinen normalen bourbon zu meinen normalen irish whisky und zu meinen normalen canadian whisky eine letzte sache ich habe bald wieder in zwei drei wochen ein blind tasting wieder vorgenommen dieses mal ist es nicht zehn euro billigen bourbon vom supermarkt sondern es ist halt dich fest papi van winkel ich habe insgesamt sieben verschiedene papi van winkels die ich eine ganze woche lang testen werde bis hin zu den 23 jährigen der auch fast 600 800 1200 euro kostet je nachdem wo man denkt bekommt und ich habe auch poor man papi den ich auch in blind tasting einmal gegeneinander auch testen möchte ich lade euch ein das dann zu verfolgen anzuschauen zu liken zu kommentieren und auch dann einfach mal überrascht zu sein welche ergebnisse kommen genau wie hier wer weiß okay whisky jason herr whisky aus der sicht eines amerikaners bis morgen